Nicole Kidman trauert um ihre Mutter Janelle Anne Kidman. Während sie sich auf dem Filmfestival in Venedig befand, erreichte sie die traurige Nachricht. Nur wenige Stunden bevor Nicole einen Preis für ihren neuen Film erhalten sollte, verstarb ihre Mutter. Nicole verpasste daraufhin die Abschlusszeremonie des Festivals. Zur Todesursache ist bisher nichts bekannt und die Schauspielerin äußerte sich noch nicht persönlich. Ihre Regisseurin Halina Rhein las während der Preisverleihung eine bewegende Nachricht von Nicole vor. Nicole betonte darin, dass ihre Mutter stets eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielte. In den vergangenen Jahren kämpfte Janelle immer wieder mit gesundheitlichen Problemen. Nicole reiste häufig nach Australien, um Zeit mit ihrer Mutter zu verbringen. In einem Podcast offenbarte sie, wie dankbar sie für diese Momente ist. Nicole stellte in Venedig ihren neuen Film Baby Girl vor. In dem Erotik-Thriller spielt sie eine knallharte Geschäftsfrau, die vor emotionalen Herausforderungen steht. Vergangenen Donnerstag zeigte sie sich noch strahlend auf dem roten Teppich. Nun muss sie einen großen Verlust verkraften. Erstmalen Donnerstag Was guardiert die Schauspielerin Guan Jeitsch Sel imposiet? Ist Status zu bedrug?